Musik Es fuchst mich gerade echt, dass sie die Möglichkeit haben, einfach Steine durch Mauer zu ersetzen, weggenommen. Jetzt müsste ich das wirklich so machen. Du bist was nochmal? Schalk Also so müsste ich das jetzt machen. Und ab dann fängt es dann komisch auszusehen. So, wie sieht es mit deinem Equipment aus? Scheint da so zu werden. Hm, aber so wie es aussieht... Nehmen wir mal den Raum hier als Testraum. Achja, und sagen, es sollen mehr Blöcke machen. Wo ist mein Blocki? Äh, hier. Äh, sagen wir das einfach hier drüber. Rock Blocks. Äh, ruhig mal 20. So, das heißt, wenn ich jetzt hier weiter... Äh, Mauern baue. Aus... Schalk Blocks. Aus... Und... auch nen... Schalk Blocks. Auch nen... Da wird tatsächlich alles wieder schwarz. Interessant. Also ja, ist jetzt ziemlich viel mehr Arbeit. Und... Schalk Blocks. Vielen Dank. 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 Okay, das ist alles ausgeräumt. Das heißt, ich beginne jetzt hier erst einmal Floors zu platzieren. Oh. Okay. Ich brauche mehr Schaltblocks. Definitiv. Okay. 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 So. Okay. 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 So. So. Okay. 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 Mandant wurde beendet. Tier ist gewachsen. Wetter hat sich aufgeklart. Und Zeug wird gemacht. Okay. Okay, engraven könnten wir das zurück. Theoretisch. Wie sieht das Equipment so aus? Bei dir haben wir ja nicht auf Confirm geklickt. So. 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 Und wir haben wieder einen possessten Blacksmith. Ja, weil wir hier unten immer noch keine Schmiede haben, weil wir keine bauen können. Aber was wir bauen könnten... Ja, weil wir keine Schmiede haben. Magma-Smeltor, Magma-Glas-Kirn. Also erstmal Endenwood-Furnace. Ruhig aus Limestone. Was ist mit meinem Trinken passiert? Ganz ehrlich, das nächste Mal stelle ich mal die Population auf 100, bevor wir die nächste Map starten. Hier lasse ich erstmal alles so laufen, wie es ist. Bei mehr als 100 Zwerge brauchen wir eh nicht. Du bist immer noch Possessed. Okay. Die trinken jetzt alle Wasser. Was ich auch ehrlich komisch finde. Ich finde es jetzt, dass ich schon lang keine Karawane mehr gekriegt habe. Kann auch sein, dass mit dem letzten Patch oder so der Spielstand ein bisschen buggy geworden ist. Na ja. Dann sammeln wir mal wieder ein paar Pflanzen, die wir verbrauen können hier. Okay, die gehen jetzt Pflanzen sammeln. Das ist gut. Ups, das war Cancel. Ja. 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 Eine Karawane ist eingetroffen. Von Menschen. Keine Zwerge, Menschen. Hm. Okay. Bokka requested. Bins. Finished good bins.